also beruhigt mich nicht dass ich ständig da lesen muss nur luke der sprengkopf das ging schnell das ich bin sicher kommen denn jetzt auch Die Lokalenverteidigungszürme übernommen. Immerhin ein bisschen Unterstützung. Die Lokalenverteidigungszürme. Ich muss, glaube ich, aber versuchen, die ein bisschen zu schützen, weil die zielen auch auf die, deswegen gehen die wahrscheinlich auch kaputt nach einer Zeit. Die Lokalenverteidigungszürme. Wir schaffen es. Ich habe die Vorsitzende. Entschuldige jetzt, aber ich weiß nicht nur, wie lange. Hier drüben! Holen Sie mich raus! Hau sie weg, Jungs! Hau sie weg, Jungs! Ich glaube, sie liegt richtig, dass jetzt wirklich der Erzeuger da ist. Das Förderband am Ende der Rampe. Wenn wir den richtigen Zeitpunkt erwischen, bringt uns der Schwung durch die niedrige Schwerkraft. Chief, wenn der Sprengkopf erst scharf ist, haben wir nur sehr wenig Zeit, um von hier zu verschwinden. Ich weiß. Endlich stehst du vor. Da geschieht etwas! Unter dem Erzeuger baut sich ein Hyperraumereignis auf. Er fährt ihn hoch. Da müssen wir uns beeilen, würde ich sagen. Wo war die Proteaner-Sicht? Da war doch gerade die... Wo ist sie denn? Alles klar. Der Didaktiker hat sich im Erzeuger verbarrikadiert. Der Sprengkopf nutzt uns rein gar nichts, wenn wir die Barriere nicht durchbrechen können. Suchen Sie ein Terminal für mich. Ich werde etwas tun, was Ihnen nicht gefallen wird. Ich werde etwas tun, was Ihnen nicht gefallen wird. Was hast du da getan? Ich habe die vom Wahnsinn befallenen Teile meiner Persönlichkeit in die Schiffssysteme abgestoßen. Wenn ich das bei jedem dieser Strahlen mache, können diese Kopien die Abschirmung des Erzeugers durchbrechen. Bereit machen! Alter Falter! Ja, ja. Du Schwein! Nein! Oh, jetzt schicken sie alles, was sie haben. Oh Gott. Alles, was ich habe, ist ein mickriger Skill. Wie soll ich das schaffen jetzt? Boah, die hat gesessen, die hat gesessen! Hat die eine so gut gesessen, dass die Granate den... Die hat den platt gemacht. Geil! Die Musik war wieder schön wunderschön, wunderschön. Oh, hi Leute! Hinter mir. Ich habe dich gehört. Ich habe dich gehört! Bäm! Zock, zock, zock! Bäm! Kämpfe mit mir! Du geiles... Oh! Und eine automatisch geschützt! So! So! Hat der wohl auch mega geil gesessen! Die Granate! Wo bist du? So! Hat die geil gesessen, und voll ins Gesicht, weiß ich. Äh... Grenade-Shot mäßig. Das war's! Es klappt! Das war's! Der Schiff ist in Reichweite! Sobald die Abschirmung versagt, müssen Sie den Sprengkopf schnellstens da reinbringen! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yes, man. Geschütz ist gar nicht mal so schlecht. Das lenkt die auch ein bisschen ab. Ja, komm, lauf hoch. Wo ist denn dieses Fliegeteil? Das muss ich wegballern. Das versteckt es sich die ganze Zeit. Juhu. 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 Bitte nicht sterben jetzt noch. Juhu. So viel zum Thema. Nicht sterben. Ich weiß gar nicht, was das war. Irgendwas hat mich... Irgendwas hat mich ziemlich hart auseinandergenommen. Ich glaube, ich bewahr mir das dicke Teil, was ich jetzt noch habe. Und wasch mir jetzt für diese eine Stelle die gleiche kommt auf. Könnte, glaube ich, ganz gut sein. Alter. Alter. Aber ich weiß nicht, was ich auch nicht. Aber ich kann mich. Ich weiß nicht, was ich nicht. Also in der해�界限. Das ist das ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich mich. Ich weiß nicht, was ich. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und das ist das. Das ist das. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kortana! 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 Wo denn lang jetzt? Ohne Witz, wo lang jetzt? Jetzt, jetzt ist es. So, jetzt kommen wir.